Rund 55.000 Asylbewerber und Flüchtlinge kehrten jedoch auch 2016 freiwillig in ihre Heimatländer zurück. So viele wie seit 16 Jahren nicht mehr. Das ist das Ergebnis einer Schätzung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die meisten Rückkehrer stammten demnach vom Balkan und hatten kaum noch eine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Die Bundesregierung unterstützt jeden Flüchtling, der freiwillig zurückgeht, mit bis zu 3.000 Euro.